Im Umfang, ich bin jetzt bei 8 Kilo, aber vielleicht schaffe ich die 20 auch noch. Super! Wie lange sind Sie schon Sensor-Kundin? Ich streue seit dem 2. Mai dieses Jahres. Moment! 8 Kilo? Ja, ich habe am 2. Mai angefangen und bin jetzt von 103,4 Kilo auf 95 Kilo. Ich mache das gleich umziehen. Mich macht das fuchsig. Du hast nur noch eine Stunde und da ist keine Pause vor. Ich werde mich umziehen. Weil, was man nicht sehen kann, dieses Kleid ist ein Ballonrock-Kleid. Das sieht doch total sexy aus. Und ich sehe nur, das ist jetzt regelrecht. Also zur Bestätigung für alle, Britt hat echt einen geilen Hintern. Ich habe ihn vorhin gesehen in dem Kleid davor. In dem Kleid davor, wer es jetzt nicht sieht. Wo hast du denn da hinge... Ja, schön, guten Abend. Frau Roll, können Sie Britt bitte auch ganz kurz noch was... Nein! Sonst hört das nie auf. Schaut einen Ballonrock an, wie doofes Fernsehen. Als wäre ich ein Anfänger. Jetzt denken alle, was hat die denn für einen dicken Bauch da. Ich bin hier... Ich könnte verrückt werden. So, ich gehe, das ist ein Punkt wieder. Danke, Frau Roll.